Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jasmin Kozebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Dinge. Und heute bin ich bei dem Medienforscher Michael Mayen. Danke für Ihre Zeit, sage ich schon mal vorweg. Sie sind Medienforscher an der Universität München. Früher waren Sie Journalist, geboren auf Rügen. Ich erzähle das alles, weil Sie ja auch Wert auf so Kontextualisierung legen, besonders bei Medienmenschen. Und Sie sind Autor des, ich glaube, das jüngste Buch heißt Propagandamatrix, welches ich auch quer gelesen habe. Und habe auch Ihre Vorträge gehört und habe festgestellt, dass Sie ja sehr oft das Wort Matrix verwenden. Habe mir überlegt, ob das für Sie irgendwas Besonderes bedeutet, also dieses Wort, oder ob Sie einfach nur ein Fan sind der Serie. Ich habe damals im Kino diesen ersten Film mit Begeisterung gesehen, weil dort eine sozialwissenschaftliche Theorie in Hollywood-Look verfilmt worden war. Und ich war hinterher total geflasht und habe gedacht, okay, das geht also. Man kann diese Theorie. Menschen haben eine zweite Umgebung. Wir werden mit Symbolen zugemüllt, könnte man sagen, die unter bestimmten Interessen geformt werden. Dass man das in so eine Filmform bringen konnte, in eine Geschichte, die spannend ist, die man bis zur letzten Sekunde atemlos verfolgt. Aber ich habe den Begriff eigentlich bis zu diesem Buch Propagandamatrix nicht verwendet. Das war dann, glaube ich, schon der Versuch, in so einem Sachbuch an den Hollywood-Stil anzuknüpfen. Und auch was zu erzählen, was Leute verstehen können, die sich nicht jeden Tag mit Medienforschung beschäftigen. Das wollen wir hier ja auch probieren, um Leute auch, also nicht, dass die Leute das nicht verstehen könnten, aber um es einfach zu machen. Weil wir haben uns das letzte Mal gesehen oder gesprochen, da waren wir beide bei Ruderboot Nuo Flix in so einer sehr entspannten Talkrunde. Und da habe ich auch wieder festgestellt, wie wenig ich eigentlich über Medien weiß. Und das, obwohl ich bei einem relativ großen Nachrichtensender, also RT, gearbeitet habe. Darüber können wir später noch sprechen, wie Sie das Ganze einordnen. Noch mal kurz zurück zur Matrix. Sie sagen, dass man quasi eine Theorie von dieser Parallelrealität auch in einer Hollywood-Verfilmung hinkriegt und auch unterhaltsam hinkriegt. Und da muss ich auch drüber nachdenken, die Frage, ob wir in einer Simulation leben, wird ja immer häufiger gestellt. Das ist ja schon fast ein Meme geworden. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie denken, dass wir in einer Simulation leben. Ja klar, die Leitmedien schaffen ein Gedächtnis der Gesellschaft, einen Vorrat an Themen, an Moral, auf den wir uns bei jeder Begegnung mit Unbekannten berufen können. Und diese Realität der Leitmedien ist so real wie dieses Setting, in dem wir jetzt hier in der Oberpfalz sitzen, wie der Stuhl, auf dem ich sitze, der Tisch, der zwischen uns steht. Wir können an der Realität, die die Leitmedien schaffen, nicht vorbei, weil wir, das ist der Weg, auf dem Leitmedien wirken, weil wir unterstellen, dass alle anderen auch wissen, über welche Themen da mit welcher Moral berichtet worden ist. Wenn wir rausgehen und auf Unbekannte treffen, unterstellen wir, die anderen übernehmen den Tenor der Leitmedien. Und wir selber sind uns ja sicher, dass wir aufgeklärte Menschen sind, dass wir schon wissen, wie wir mit Medieninhalten umgehen müssen, dass wir wissen, wer da alles mit rumgebaut hat. Bei den anderen sind wir nicht ganz so sicher. Und wenn uns die Leitmedien erzählen, da draußen ist ein Virus, was uns umbringen wird, wenn wir keine Masken tragen und große Abstände zu anderen Menschen halten, dann werden wir bei Begegnungen mit Unbekannten erst mal Abstand halten, vielleicht sogar auch eine Maske aufsetzen, weil wir vermuten, die anderen erwarten das von uns. Das ist die Wirkung dieser Matrix. Und deshalb ist auch wichtig, sich mit der Entstehung dieser Matrix zu beschäftigen und immer zu fragen, mit welchen Interessen, mit welchen Geldern wird an dieser Matrix gebaut? Also wir leben in einer Simulation, in einer Mediensimulation, die uns eine andere Realität schafft, als die, in der wir eigentlich leben. Ich meine, tatsächlich sollen ja Medien das wiedergeben, wie wir, also die Realität wiedergeben. Und es gibt eine schöne Theorie, die heißt Mythos vom medialisierten Zentrum. Das ist eigentlich so ein doppelter Mythos. Der erste Mythos sagt, es gibt ein Zentrum, wo die Dinge passieren, die für unser Leben wichtig sind. Und wir beide wissen, dass das, was für unser Leben wichtig ist, die Menschen, die uns wichtig sind, das Haus, in dem wir wohnen, die Pläne, die wir haben, dass das eigentlich nicht in den Leitmedien verhandelt wird. Das kommt da einfach nicht vor. Dieser Mythos sagt trotzdem, dass es dieses Zentrum gibt. Und der zweite Teil des Mythos sagt, dass die Journalisten einen exklusiven Zugang zu diesem Zentrum haben. Dass Journalisten uns also erzählen können, was für unser Leben wichtig ist. Das erklärt, warum Leute, weiß ich nicht, nach Dubrovnik fahren, um zu gucken, wo diese eine Serie gedreht worden ist. Deswegen schalten Leute den Fernsehapparat an, wenn irgendwas live übertragen wird und verfolgen irgendwelche Politikerreden, irgendwelche Großereignisse, die im Fernsehen laufen, weiß ich, Beerdigung der Königin oder sowas. Das ist dieser Mythos vom medialisierten Zentrum. Also das ist schon diese Matrix, in der wir leben und die uns von anderen sozusagen gebaut wird. Mir fallen da vielleicht noch aktuellere Beispiele ein. Also wenn wir jetzt von einer Medienmatrix sprechen und die eine Realität schafft und auch irgendwie ein, kann man schon das Wort Frame benutzen, ich weiß nicht, irgendwie eine Geschichte. Und zwar jetzt an Silvester wurde ja von Chaoten gesprochen. Natürlich wurde dann so eine ganz große Diskussion über Migration, Migrationshintergrund, Ausländer und so weiter losgetreten. Müssen wir jetzt gar nicht so tief da rein einsteigen. Aber dieses Wort Chaoten wurde dann wieder gesetzt. Und da habe ich mir auch gedacht, ah ja, jetzt ist wieder so ein Wort da, das man verwendet, um über die Leute zu sprechen in dieser Nacht. Oder auch früher, ich glaube, es gab auch mal das Wort Partyszene oder sowas. Ist das auch irgendwie eine Realität, die da geschaffen wird, um bestimmte Dinge nicht zu nennen? Framing beginnt ja immer erst, wenn ein Thema schon da ist. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass Dinge überhaupt nicht vorkommen in dieser Medienmatrix oder in diesem medialisierten Zentrum, in dem, was von Journalisten über das erzählen, was im Zentrum passiert. Viele Dinge werden einfach ausgeblendet. Soziale Ungleichheit wird zum Beispiel ausgeblendet. In den letzten Jahren sind Themen aus den Leitmedien verschwunden, die das Leben von Menschen behandeln, die mit ihren Händen Geld verdienen müssen. Was sich der Tankwart, der Dachdecker, die Bäckerverkäuferin, die kommen einfach nicht mehr vor mit ihren Problemen und mit ihren Geschichten in den Leitmedien. Da brauche ich also gar kein Framing. Wenn ich die Themen nicht erzähle, dann kommen sie einfach nicht vor. Framing passiert, wenn Dinge nicht aus den Leitmedien entfernt werden können, weil jeder gesehen hat, dass was passiert ist. Bei Silvester hat jeder gesehen, dass die Polizei Probleme hatte. Und dann fangen Politiker an, über Böllerverbot nachzudenken, fangen an, das Umweltthema groß zu machen, über Feinstaubbelastung zu reden, um nicht darüber reden zu müssen, wer zum Beispiel in Berlin an diesen Krawallen beteiligt gewesen ist. Ja, verstehe. Ah ja, okay. Also das ist ja ein interessantes Konzept, dass das Framing eben erst dann nur stattfindet, wenn man es nicht mehr wegschieben kann. Framing bedeutet ja nur, dass ich Dinge in einen bestimmten Rahmen stelle, aber manche Dinge werden halt überhaupt nicht ausgestellt in der Markex der Leitmedien. Genau, Sie sagten jetzt, dass das Thema soziale Ungleichheit irgendwie nicht stattfindet, im weitesten Sinne. Und ich würde da widersprechen. Ich finde, dass das Thema soziale Ungleichheit durchaus sehr viel stattfindet. Also wir reden doch immer von sozialer Teilhabe oder wie es den Geringverdienern geht, jetzt auch vor allem inmitten dieser Energiekrise, Zuschüsse hier, Zuschüsse da. Und jetzt gebe ich natürlich auch offen zu, dass ich das tendenziell sehr kritisch sehe, auch wie mit dem Geld hier in Deutschland umgegangen wird. Aber mal unabhängig davon finde ich schon, dass soziale Themen durchaus auf der Agenda stehen. Klar stimmt, bei dem Energiethema hat das eine Rolle gespielt, weil die Regierung ja Geld gedruckt hat oder ausgeworfen hat, um Leute ruhig zu stellen, die Probleme haben könnten, ihre Energierechnungen zu bezahlen. Aber sonst beobachte ich eher die Tendenz, dass das Leben dieser Leute keine Rolle spielt. Hat auch zu tun mit der Struktur, die wir in den Redaktionen haben, mit den Milieus, die die Redaktionen heute füttern. Wenn man sich anschaut, wer in den Redaktionen heute sitzt, dann sind das Kinder von Mittelschichtfamilien, die in Großstädten wohnen, die sehr teuer sind, die man sich leisten können muss. Die haben schon durch ihre Herkunft, dann durch ihre Ausbildung an Universitäten, Journalistenschulen und dann durch das Leben, was sie in diesen Medienvierteln in den Großstädten, Hamburg, Berlin, Mönchen führen, haben sie kaum Kontakt zu den Leuten, die, sagen wir, die Büros sauber machen oder Straßenbahnen fahren. Wobei auf Diversity ja durchaus Wert gelegt wird mittlerweile, würde ich sagen. Ja, Diversity ist ein interessantes Label, aber da geht es dann um Dinge, die man nicht verändern kann. Da geht es um Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, aber eher nicht um den Geldbeutel des Vaters oder der Familie. Also ich kann, wo ich da auf jeden Fall zustimme, ist, Journalismus hat in meiner Realität, als ich groß geworden bin, und ich komme auch aus so einem Mittelstandhaushalt, überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwie eine Karriereform wäre, die überhaupt für mich in Frage käme. Und das ist ja alles so eher zufällig passiert mit RT und so weiter. Und da habe ich dann schon auch festgestellt, dass Menschen in einer bestimmten Welt eben leben und auch nur das kennen, was bei ihnen unmittelbar irgendwie stattfindet. Und dass dann solche Berufe wie Journalismus vielleicht für manche Jugendliche oder Kinder überhaupt gar nicht in Frage kommen, weil das bei denen gar nicht stattfindet. Das ist ein Punkt, dass das nicht stattfindet. Man ergreift ja die Berufe, die in dem persönlichen Milieu bekannt sind. Man weiß zum Beispiel, dass Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten, also Kinder, die die Ersten in ihrer Familie sind, die an die Universität gehen, in aller Regel Lehrer werden, weil das ein Beruf ist, den man auch in Nicht-Akademiker-Milieus kennt. Um in den Journalismus zu gehen, um seine Kinder in den Journalismus zu schicken, braucht man heute Geld. Man muss sich das leisten können und wollen, sein Kind in den Journalismus zu schicken. Das ist ein sehr langer Weg über unbezahlte Praktika, schlecht bezahlte Freiberuflerjobs, der lange dauert, viele, viele Jahre braucht man, bis man, wenn man denn überhaupt jemals eine Festanstellung in einem großen Medienunternehmen bekommt, braucht man dafür viele Jahre. Das können und wollen sich allenfalls Familien leisten, bei denen es nicht so sehr darauf ankommt, ob ein Kind ein paar Jahre länger auf der Tasche des Familienvaters liegt oder nicht. Also ich will jetzt unter keinen Umständen sagen, dass ich nicht aus so einem privilegierten Haushalt komme, aber mir war schon auch wichtig, was zu studieren, wo ich wusste, da kriege ich einen Job, das war dann BWL, also so der Klassiker, weil ich mir auch gedacht habe, ich kann mir das jetzt nicht oder ich will auch nicht ewig lang auf der Tasche hocken von irgendwie meinen Eltern und von Praktika zu Praktika und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, für viele Leute umzusetzen. Es ist sowieso schwierig, tatsächlich das mit dem Studium auch zu meistern in so einer Großstadt, muss man ja auch sagen. Ich habe jetzt nicht in Berlin oder so studiert, aber das ist ja auch eine sehr kostspielige Angelegenheit. Aber gut, da reden wir ja über dieses Problem der Repräsentanz bei den Blättern, richtig? Das heißt, Ihre These ist, wenn dort mehr Diversity, wahre Diversity herrschen würde, wenn wir mal dieses Wort verwenden, dass man dann auch ein paar Probleme, wie das der sozialen Ungleichheit, auch mitigieren würde. Also das wäre dann weg. Ja klar, wenn wir wahre Diversity definieren als unterschiedliche Herkunftsmilieus, unterschiedliche Erfahrungshorizonte, die in die Redaktionen integriert werden. Das eine Problem ist, dass die Redaktionen relativ wenig Kontakt zu arbeitenden Menschen haben, also Menschen, die mit ihren Händen Geld verdienen müssen. Das zweite Problem ist, dass sie relativ gleiche Weltsichten entwickeln wie die Entscheider in Politik und Wirtschaft, weil auch dort die Rekrutierung in den gleichen Milieus erfolgt, weil die Ausbildung in den gleichen Universitätsstädten, in den gleichen Studiengängen erfolgt. Und da entwickelt man automatisch eine ähnliche Weltsicht und ist dann gar nicht mehr in der Lage, das kritisch zu hinterfragen, was Regierungen, was Unternehmensführungen entscheiden. Da haben wir jetzt schon einen schönen Übergang zu den Regierungen. Und ich habe auch in Ihrem Buch, aber auch in den Artikeln nochmal ganz interessiert nachgelesen, wie viele Pressestäbe in den Ministerien tatsächlich zugegen sind. Wir reden ja hier wirklich von hunderten Personen. Vielleicht möchten Sie das hier nochmal ausführen, weil es mir tatsächlich selber nicht so klar war, wie viele Menschen tatsächlich daran beteiligt sind, die Regierung, die Regierungsmitarbeiter, unsere Minister auch gut dastehen zu lassen. Ja, wir haben da zwei gegenläufige Entwicklungen. Wir haben auf der einen Seite einen Journalismus, der seit 15 Jahren in einer Dauerkrise ist. Zumindest wird uns das so erzählt, dass die Verlage und die Rundfunkanstalten weniger Geld zur Verfügung haben und deshalb Arbeitsplätze abbauen. Man kann also heute als junger Mensch nicht mehr in den Journalismus gehen, in dem Vertrauen darauf, dass das eine lebenslange Karriere sein wird, die gut bezahlt wird. Das ist die eine Entwicklung. Und auf der anderen Seite erleben wir, wie die Pressestäbe, strategische Kommunikationsstäbe, wie immer das in den einzelnen Behörden heißt, dass die in den letzten 30 Jahren erheblich aufgerüstet haben, personell aufgerüstet haben, aber auch den Etat gewaltig aufgestockt haben. Wir haben also dort sichere Berufsperspektiven. Ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung beschreiben, als ich vor etwas mehr als 20 Jahren an die Uni München berufen wurde, auf eine Professur für Kommunikationswissenschaft, wollten die allermeisten Erstsemester, die irgendwas mit Medien machen wollten, in den Journalismus gehen. Das war für die die angesagte Berufsperspektive. Heute gibt es immer noch junge Leute, die in den Journalismus wollen. Die allermeisten wissen aber, dass es da keine Arbeitsplätze mehr gibt. Die allermeisten wollen irgendwie digital Marketing betreiben. Irgendwas mit Medien ist halt etwas völlig anderes, als es vor 20 Jahren war. Und das hat mit dieser Aufrüstung der PR-Stäbe zu tun. Wir haben also personell ausgedünnte Redaktionen und wir haben personell aufgerüstete Stäbe in den Behörden, die dazu auch noch sehr gut bezahlen, die gute Arbeitsbedingungen liefern. Jobs, die um 9 Uhr morgens beginnen und 17 Uhr zu Ende sind, was im Journalismus eher nicht der Fall ist. Keine Wochenende arbeiten, ähnliche Dinge. Sicherheit oft über Beamtenstatus. Führt dazu, dass Journalisten, so erzählen mir das PR-Menschen, dass Journalisten zu Pressekonferenzen gar nicht mehr kommen, weil sie da irgendwelche Informationen suchen, sondern um zu fragen, ob es nicht bald einen Job auf der anderen Seite gibt. Und das schränkt auch wiederum die Kritikfähigkeit ein. Wenn ich weiß, Minister X, Ministerin Y werden bald einen neuen Pressesprecher brauchen und ich sitze da jede Woche, bin also ein Bekannter dieser Ministerin, dieses Ministers, dann werde ich den Teufel tun, diese Leute zu kritisieren, weil die mich eines Tages einstellen können. Wobei das ja auch nur ein weiterer Aspekt ist. Würden Sie das jetzt immer noch der Matrix zurechnen? Gehört das auch dazu? Das gehört zu den Konstruktionsbedingungen der Matrix. Das, was mich interessiert, ist ja, also einerseits natürlich, wie wirkt die Matrix? Warum können wir die Matrix nicht ignorieren? Es gibt ja so ein schönes Video von Daniele Ganser über Propaganda, wo er uns rät, in den Wald zu gehen, also Hygiene zu betreiben, draußen zu sein und uns nicht mehr damit zu beschäftigen, was die Leitmedien den ganzen Tag so liefern. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil wir wissen müssen, was die anderen über die Welt wissen. Deswegen nutzen wir Leitmedien. Wir wollen wissen, was die anderen wissen und das setzt voraus, dass wir die Matrix kennen, weil das ist das, was bei den Leuten ankommt. Wir wollen ja außerdem auch wissen, wer Definitionsmacht hat, welches Ministerium, welche Partei, welche Politiker es geschafft haben, ihre Themen und ihre Moral, zum Beispiel zu diesen Silvesterereignissen, in den Leitmedien zu platzieren. Wenn wir das nicht wissen, dann kriegen wir Probleme, wenn wir uns irgendwo im Büro, im Unternehmen, sonst wo bewegen, in der Verwandtschaft. Wenn wir nicht wissen, was die anderen von der Welt halten, dann kann es schnell stressig werden bei irgendwelchen Familienfeiern. Sie meinen, dass man dann eher ins Fettnäpfchen tritt? Ja, das ist immer das eine, was mich interessiert. Und das zweite ist dann halt, wer setzt welche Ressourcen ein, damit die Matrix so ist, wie sie ist. Und da sind wir dann bei den aufgerüsteten PR-Stäben. Ich habe ja jetzt vor einer Weile einen Text geschrieben über den neuen Beauftragten für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt. Das ist eine Stelle mit 40 Mitarbeitern, die nichts weiter zu tun hat, als zu beobachten, was auf den Digitalplattformen über Ministerin Baerbock und ihr Tun so verzapft wird. Die haben so eine Art Alarmmechanismus da eingerichtet. Und immer, wenn irgendwas bedrohlich wird, wenn wir zu oft nach Baerbock suchen würden, dann fangen die an, Gegennarrative zu platzieren, fangen an, auch Leitmedienredaktionen zu bearbeiten, sich Geschichten auszudenken, die die Ministerin wieder in ein besseres Licht rücken. Und da haben es dann einzelne, selbst investigative Journalisten, die, sagen wir mal, ein paar Tage Zeit für eine Geschichte haben, haben es dann nicht so leicht, dagegen anzukommen, wenn da 40 gut bezahlte Beamte sitzen und den ganzen Tag darüber nachdenken, wie die Ministerin am besten darzustellen ist. Ist Frau Baerbock deshalb auch eine der beliebtesten deutschen Politiker? Sie hat es zumindest verstanden, mit den Leitmedien zu spielen. Sie hat sicherlich Leute um sich, die in der Lage sind, positive Fotos, positive Geschichten zu generieren und dann, wenn negative Geschichten aufkommen könnten, das Richtige zu erzählen. Wir hatten ja ein paar Mal in der Amtszeit von Baerbock Vorkommnisse, die dazu geeignet gewesen wären, in früheren Zeiten dazu geeignet gewesen wären, Zweifel an der Ministerin zu schüren. Sie meinen jetzt den Lebenslauf oder diese Abschlussarbeit? Wir haben verschiedene Geschichten. Wir haben diese Geschichten, wo die in den Telegram-Kanälen unter Wählerbeschimpfung laufen. Wir haben Stottergeschichten, wir haben Stolpergeschichten, wir haben englische Aussprachegeschichten, wir haben das mit dem Lebenslauf schon im Wahlkampf gehabt. Es gab also verschiedene Geschichten, die frühere Politikergenerationen zum Aufgeben, zum Zurücktreten gebracht hätten. Auch das Stottern, ich würde gerne darüber sprechen, wenn man immer wieder diese Videos sieht. Die finden in der, und darüber können wir auch noch gerne sprechen, in der alternativen Medienmatrix statt. Diese Videos, die dort geteilt werden von Annalena Baerbock. Und das beschäftigt mich auch, weil ich erwarte von einem Politiker eigentlich, dass er sprechen kann. Das ist so das Minimum. Ich finde Ihren Sprachfehler interessant, aber das wäre jetzt aus Ihrer Sicht normalerweise schon ein Rücktrittsgrund gewesen. Ein Rücktrittsgrund nicht, aber natürlich ein Grund für eine öffentliche Debatte. Von einer Außenministerin erwarten wir ja, dass sie das Land in der Welt angemessen würdig vertritt. Und jede dieser kleinen Affären wäre geeignet gewesen, ohne den Apparat, den das Ministerium dahinter aufgebaut hat, wäre geeignet gewesen, eine öffentliche Debatte über die Tauglichkeit dieser Ministerin auszulösen. Dass das nicht passiert ist, hat viel mit der Aufrüstung des PR-Stabes zu tun, weil dieser Beauftragte für strategische Kommunikation ist ja nur ein Puzzlestein. Es gibt ja auch im Außenministerium eine Presseabteilung mit drei Dutzend Mitarbeitern, also nur allein in diesem Ministerium, in jedem anderen so ähnlich, in jedem Parteistab. Jeder Politiker hat Leute um sich, die nichts weiter zu tun haben, als für das öffentliche Image zu sorgen. Wir diskutieren ja heute oft über den Qualitätsverfall in der Politik. Ich glaube, hier ist eine Ursache. Man hat ja nicht unendlich viele Planstellen zur Verfügung. Auch als Ministerin habe ich nur x Stellen in meinem Stab. Wenn ich davon einige vergebe für Leute, die nichts weiter können, als für gutes öffentliches Image zu sorgen, dann verliere ich halt andere, die früher vielleicht fachlich, inhaltlich gearbeitet hätten. Und war das früher anders, jetzt aus Ihrer Medienforschersicht? Wissen Sie, wie das früher mal war? Vielleicht so vor 30, 40 Jahren? Da gab es doch auch PR-Leute. Gab auch PR-Leute, aber das Berufsfeld entsteht seit den 80ern. Ich habe es im Detail untersucht für den Profifußball. Der erste hauptamtliche Pressesprecher eines Bundesliga-Fußballvereins wird beim FC Bayern Anfang der 80er Jahre installiert. Der ist damals ein Einzelkämpfer. Wenn man das heute anguckt, was die an PR-Stäben, die heißen gar nicht mehr PR-Stäbe, das sind mittlerweile Medienstäbe, die Digitalplattformenverkauf integriert haben, die etliche Agenturen beschäftigen, die immer wieder Aufträge auslagern können. Das sind heute riesige Stäbe, die in dem Etat dieser Profimannschaft eine ganz andere Rolle spielen. Genauso ist das bei Behörden, bei Ministerien, in Parteien, bei Einzelpolitikern. Wir haben es bei Armin Laschet in dem Bundestagswahlkampf erlebt. Der hat, als es nicht so gut zu laufen schien, einfach mal Tanit Koch eingestellt, Chefredakteurin von BILD vorher, auch im Privatfernsehen, eine große Nummer gewesen. Der kann sich also leisten, eine seiner Beraterstellen an Tanit Koch, Top-Journalistin, zu vergeben und für ein paar Monate so eine Frau aus diesem Beamten, also in so einem Beamtenstatus, mir der BILD zu geben, also gut zu bezahlen. Aber es ist ja nicht geworden, ne? Nee, es ist trotzdem nicht geworden, genau. Da hatten die anderen offenbar noch teurere, noch bessere PR-Menschen. Genau, aber das bedeutet ja auch, dass es nicht nur daran liegt. Also es liegt ja nicht nur daran, dass man sich teure Leute einkauft und Medienprofis, die Image polieren, das reicht ja nicht nur aus. Klar, Sie spielen darauf an, dass es eine Wirklichkeit gibt, jenseits dessen, was man in den Medien zu hören bekommt. Und die Tatsache, dass nichts immer nur eine Ursache hat. Also dass wir natürlich eine Realität haben und dass wir sogenannte beliebte Politiker haben, wo natürlich PR-Leute, Medienleute an dem Image werkeln, aber dass es da noch andere Faktoren gibt, die dafür vielleicht verantwortlich sind, und warum diese Personen dann am Ende verantwortlich sind. Weil wie Sie ja jetzt gerade das Beispiel nennen, Laschet hatte auch Profis und es hat irgendwie nicht gereicht. Was ja auch, das kann ja viele Gründe haben, ja, aber die Medien reichen nicht aus. Gut, vielleicht zwei Antworten. Die erste Antwort ist, wir haben von Ministern wie Annalena Baerbock nur dieses eine Bild, wir als Wahlvolk. Wir sehen nur das, was in den Leitmedien und vielleicht in Alternativmedien, deren Publikum nicht so groß ist, was über diese Kanäle, über diese Politiker vermittelt wird. Das ist das Bild, auf das wir uns bei unserem Urteil stützen müssen. Der Fall Laschet, das ist die zweite Antwort, ist vielleicht nochmal besonders, weil Armin Laschet in den Leitmedienredaktionen auf ein Milieu gestoßen ist, was einer weiteren CDU-Kanzlerschaft nicht positiv gegenüberstand. Es gab gerade eine große Studie zur Medienberichterstattung, Leitmedienberichterstattung über den Ukraine-Krieg. Von der Otto Brenner Stiftung. Otto Brenner Stiftung, haben Kollegen von mir gemacht, Markus Maurer von der Uni Mainz, sehr viele Leitmedien untersucht, sehr viele Artikel sich angeschaut. Wir sehen dort zum einen natürlich die massive Unterstützung für den Regierungskurs in Sachen Ukraine. Wir sehen vor allen Dingen aber auch, dass die Politiker durchaus differenziert wahrgenommen werden, dass die beiden grünen Minister, Habeck und Baerbock, durchweg positiv bewertet worden sind, während Kanzler Scholz bei Weitem nicht so ein positives Bild abgibt in den Leitmedien. Ich finde es interessant, dass Sie diese Studie hier erwähnen. Also es ist von der Otto Brenner Stiftung und die Universität München hat mitgearbeitet. Beziehungsweise ich glaube, die Stiftung hat das bezahlt. Die Otto Brenner Stiftung macht ja schon seit ein paar Jahren permanent eigentlich Studien zum Medienbetrieb, die auch oft schon deshalb gut sind, weil mit dem Geld der Stiftung empirisches Material zutage gefordert wird, was sich die sonst eher arme, ressourcenarme Kommunikationswissenschaften nicht leisten könnte. Jedenfalls wurden dort 4.300, rund 4.300 Berichte untersucht bezüglich des Ukraine-Krieges zwischen Februar und Mai von acht Medien. RTL, Tagesschau, Zeit, FAZ, Bild, Spiegel, ich glaube ein paar habe ich jetzt nicht genannt, aber auf jeden Fall die großen. Und weil Sie jetzt gerade meinten, es besteht so Einstimmigkeit bei dem Regierungskurs, da war am Ende das Fazit etwas anders, als Sie das jetzt hier da liegen. Aber ich habe mir auch die Sachen angeguckt und mir auch gedacht, naja, es gab schon eigentlich, also Übereinstimmung mit dem Regierungskurs. Also wo es natürlich ganz eindeutig eine Meinung gab in allen der acht Medien, war Nennung von Kriegsverursachern. Da war ganz klar Russland, Putin, eben der Kriegsverursacher, der Westen wurde ab und zu mal genannt und die Ukraine auch, ganz selten. Also da war ganz klar, das war ganz einig. Und dann bei der Bewertung der wichtigsten Konfliktakteure, da wurde Baerbock und Seljensky als überaus positiv bewertet und Habeck tatsächlich nicht so positiv wie die Frau Baerbock. Und wie Sie auch jetzt gerade eben sagten, Scholz tatsächlich tendenziell negativ. Und in einem Satz habe ich mir da tatsächlich rauskopiert, da steht, also in diesem Bericht, alles in allem deutet aber vieles darauf hin, dass die Medienberichterstattung, ähnlich wie in der Corona-Pandemie, nicht regierungsnah war, sondern die Regierung eher für ihre zögerliche Haltung kritisierte. Ja, das bezieht sich auf eine zweite Studie, die von, wo, an der, glaube ich, Markus Maurer auch beteiligt war, wo eine ähnlich große Artikelmenge in Sachen Corona untersucht worden ist. Und das nicht regierungsnah in dieser Corona-Studie meint, dass die Leitmedien schärfere Maßnahmen gefordert hätten. Genau, und dass es auch hier in diesem Fall war mit der Ukraine, also dass die auch mehr, also wegen Waffenlieferungen und so weiter, mehr gefordert haben, weil sie ja eben den Herrn Scholz, also unseren Kanzler, als Zauderer bezeichnet haben und kritisiert haben. Also da kommt diese, ich sage mal, Meinungsvielfalt in den Medien her. Ich glaube, das ist so interpretiert worden. Herr Klam, ich würde Vielfalt völlig anders interpretieren oder definieren. Ich würde sagen, wir brauchen auf der Leitmedienebene nicht nur alle Themen, über die wir ja schon gesprochen haben, unter anderem die einfachen arbeitenden Menschen, sondern wir brauchen alle Perspektiven auf die Großthemen, die gerade diskutiert werden. Wir brauchen sie so, dass die Bewertung nicht gleich mitgeliefert wird. Und das sagt auch diese Studie, wir haben im Prinzip keine Debatte über den deutschen Kriegskurs gehabt. Wir haben die Kritiker, wenn sie denn auftraten, wie Ulrike Gero zum Beispiel, haben wir delegitimiert bekommen, wie in dieser berühmt-berüchtigten Talkshow bei Markus Lanz Anfang Juni, oder wann das war, 22, wo Ulrike Gero letztlich die einzige mit einer differenzierten Meinung war und dort auf eine regelrechte Front von Kriegsbefürwortern, Befürwortern von Lieferung schwerer Waffen gestoßen ist. Hat die Matrix sie delegitimiert? Weil es gibt ja Leute, die fanden das ja gut, dass sie da war. Ja gut, die Matrix kann ja nicht delegitimieren. Es sind ja dann Redaktionen, die das tun. Die Matrix ist diese Medienrealität. Mit dem Wort versuche ich, die Medienrealität zu beschreiben, an der wir nicht vorbeikommen. Und wir sehen in dieser Leitmedienrealität, in der Matrix zum Beispiel des Ukraine-Kriegs, auch, dass Wladimir Putin dort der Dämon, der Böse ist. Das ist eine Sache, die wir, ich habe ja auch solche Studien gemacht, mit Masterstudenten, die wir in den letzten sieben, acht Jahren schon beobachtet haben, dass Russland auf eine Person reduziert wird, auf Putin, und dass diese Person das Böse schlechthin ist. Wir hatten ja eine große Masterarbeit, wo wir verglichen haben, Russland in der Tagesschau und Deutschland in Wremia, das ist die Hauptnachrichtensendung im russischen Staatsfernsehen. Und interessant war, dass beide auf eine gewisse Weise gleich waren, weil beide den Regierungskurs einfach eins zu eins wiedergegeben haben. Also das, was das deutsche Außenministerium zu Russland sagt, fand man in der Tagesschau. Was das russische Außenministerium über Deutschland sagt, fand man in Wremia. Und man fand in der Tagesschau zum Beispiel nicht das vielfältige Leben, was man in Russland beobachten könnte, wenn man da vor Ort wäre. Also man fand nichts über, was ich Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, was ein Thema sein könnte. Auch für Leitmedienredaktionen, die eine Ministerin wie Baerbock gut finden. Aber das wird nicht gemacht, weil es nicht in das Russlandbild passt, das in der Matrix im Moment dominiert. Wobei ich schon sagen würde, dass sich das ein bisschen aufgebrochen hat in Bezug auf die Ukraine. Also am Anfang konnte man wirklich gar nichts anderes sagen. Und das hat sich so mit der Zeit so ein bisschen aufgebrochen, weil man halt auch gesehen hat, dass das alles nicht so einfach ist und dass vielleicht es doch ein paar Beteiligte gibt, die nicht unbedingt ein Interesse daran haben, diesen Konflikt beizulegen. Also das ist nur meine Beobachtung. Meine These wäre ja immer, dass die Wirklichkeit irgendwann durchbricht. Man kann also schon eine Leitmedienrealität konstruieren, die jenseits der Wirklichkeit ist. Also das Bild der Ministerin Baerbock hat, das haben wir da. Aber irgendwann wird sich halt die Wirklichkeit Platz nehmen. Also die Wahrheit setzt sich durch. Ja, Wirklichkeit ist das, was ohne unser Wollen da ist, wo auch kein Journalist was dran machen kann. Und dieser Krieg wird eine Wirklichkeit haben, die wir in unseren Leitmedien nicht finden, die aber nach einer gewissen Zeit einfach zur Kenntnis genommen werden muss, wenn es halt dauert mit dem Sieg der Ukraine, den die Leitmedien in den ersten Monaten ja jeden Tag haben vor der Tür stehen sehen. Ja, tatsächlich ist so. Da würde ich gerne nochmal den Beispielfall, ich würde mich interessieren, was Sie dazu zu sagen haben. Precht, unser Bundesphilosoph, hat ja ein Buch geschrieben, ich glaube noch mit einem Co-Autor, das hieß Die vierte Gewalt. Harald Welser, ja. Genau. Haben Sie da diese Debatte mitbekommen? Er hat ja dann auch kritisiert, dass es eben eine sehr einseitige Berichterstattung zur Ukraine gab. Und da wurde er ja auch bei Lanz zerpflückt von anderen Journalisten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Da würde mich interessieren, was Sie von diesem Fall halten. Das ist ein interessantes Buch. Ich habe das auch rezensiert. Ist deshalb interessant, weil zwei Lieblinge der Leitmedienredaktion, Precht und Harald Welser, in der Ukraine-Krise plötzlich zu Bumenern wurden, weil sie eine andere, eine differenziertere Sicht vertreten haben, öffentlich vertreten haben. Und das Buch ist, glaube ich, die Reaktion auf das eigene Unverständnis. Was ist da passiert? Warum haben die Redaktionen, mit denen wir doch bisher gut zusammengearbeitet haben, warum haben die plötzlich von uns Abstand genommen? Ihnen wurde auch vorgeworfen, dass sie unsauber gearbeitet hätten. Also ich glaube, da waren die Punkte ein bisschen aus meiner Sicht komisch. Also irgendwas wurde als Tweet deklariert, was eigentlich ein Instagram-Eintrag war. Ist in dem Buch drin, ja. Das hat Stefan Negemeier von Übermedien ja in so einer Buchmesse-Debatte öffentlich gemacht. Ich habe mir das dann hinterher angeguckt, war mir beim Lesen gar nicht aufgefallen, weil ich wahrscheinlich diese Stelle überflogen hatte. Aber klar, es ist offenkundig kein Tweet, sondern Instagram. Das Buch ist schnell geschrieben worden. Es war im September auf dem Markt. Diese Vorfälle, die da aufgearbeitet werden, also auch diese persönliche Betroffenheit der beiden Autoren, das ist im Frühjahr passiert. Das ist schon ein schnell geschriebenes Buch. Mich hat vor allen Dingen irritiert, wie viele Bekenntnisse zur herrschenden Ordnung man in diesem Buch untergebracht hat, was die beiden Autoren da untergebracht haben. Bekenntnis, dass Deutschland im Prinzip eine Musterdemokratie ist mit einer der freiesten Medienlandschaften der Welt, mit einem tollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da waren also so viele Versatzstücke drin, wo man sieht, okay, man möchte sich das, die beiden Autoren möchten sich nicht endgültig verderben mit den Leitmedien und loben das, was sie doch eigentlich kritisieren müssen. Es gibt aber auch gute Stellen, es gibt sehr schöne Passagen über die Wirkung von Twitter, über die Twitter-Logik, die Folgen der Twitter-Logik für die deutsche Leitmedienöffentlichkeit. Das sind, glaube ich, Sachen, mit denen man gut weiterarbeiten kann. Trotzdem haben sich die Medien an den Herren, beziehungsweise vor allem an Precht, abgearbeitet. Also aufgrund eben seiner kritischen Haltung gegenüber den Medien, denen er ja eine einseitige Berichterstattung vorgeworfen hat. Klar, die eigene Arbeit ist für Leitmedienredaktionen, für den Journalismus überhaupt immer ein blinder Fleck. Und wenn das plötzlich von zwei Prominenten aufgegriffen wird und dann auch noch wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, dann ist eigentlich nicht zu erwarten, dass Leitmedienjournalisten sagen, super, was ihr da schreibt, was ihr uns da an Verfehlungen vorhaltet, wir geloben Besserung. Ja, okay, das kenne ich ja von Journalisten auch. Wenn Medien Realitäten erschaffen, was tun dann die unabhängigen, freien, alternativen Medien? Ja, sie erschaffen auch Realitäten, natürlich, mit deutlich geringerer Reichweite. Die Wirkung von Leitmedienrealitäten beruht ja darauf, dass wir bei Leitmedien unterstellen müssen, dass alle anderen die Botschaft ebenfalls gesehen haben. Die Tagesschau hat zwölf Millionen Zuschauer jeden Abend. Das sind nicht alle anderen. Aber wenn man dann noch weiß, dass die Tagesschau-Meldungen in den regionalen Hörfunkprogrammen zu sehen sind, auf den Digitalplattformen, die Mail-Programme anbieten, dass ich das also auch selbst in der U-Bahn auf diesen Bildschirmen finde, kann man unterstellen, dass das, was die Tagesschau für Wirklichkeit hält, bei jedem vorausgesetzt werden kann. Bei den Alternativmedien oder Oppositionsmedien, wie ich lieber sage, kann man das nicht unterstellen. Man muss im Gegenteil eher vorsichtig sein, wenn man sich dazu bekennt, bestimmte Oppositionsformate zu nutzen. Vorsichtig in dem Sinne, dass diese Formate von den Leitmedien delegitimiert werden, oft in die rechte, verschwörungstheoretische oder gar antisemitische Ecke gestellt werden. Dann sollte man vielleicht nicht offen bekennen, dass man Rubicon, Apollut, Tichis Einblick oder Nuo Flix und solche Formate nutzt. Aber klar werden da auch Wirklichkeiten geschaffen, an denen sich bestimmte Milieus, bestimmte Blasen abarbeiten. Ich glaube, der Vergleich ist immer schwierig, weil die Ressourcen völlig ungleich verteilt sind. Wir haben auf der einen Seite diesen 8 Milliarden Euro öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir haben auf der anderen Seite Plattformen, die von Spenden leben und froh sind, wenn sie einen festangestellten Redakteur sich leisten können und ein paar Leute, die engagiert sind und irgendwie anderweitig ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre Arbeitszeit da reinstecken können. Es ist also schwer, auch wenn man auf die Qualität schaut, es ist schwer, die beiden Sachen nebeneinander zu legen. Da haben sich jetzt viele Fragen für mich ergeben. Ich versuche das jetzt mal für mich so zu sortieren. Als Medienforscher finde ich es schon interessant, dass Sie dann die Oppositionsmedien, so wie Sie sie nennen, dann so, ich sage mal, klein machen. Weil wenn ich jetzt mir anschaue, wie bestimmte Programme durchgeführt werden und gemacht werden, sind die durchaus sehr professionell. Also von dem her sehe ich das nicht ganz, dass die nicht mithalten können, wenn wir jetzt an Apollou zum Beispiel denken, wo sie ja auch ein Interviewformat haben. Also es ist durchaus sehr professionell gemacht. Gibt es einen Grund, warum Sie dann sagen, ja, okay, die alternativen Medien, die gucke ich jetzt nicht durch so eine kritische Linse an und wohl bemerkt, nicht dieselbe Kritik, wie jetzt der Mainstream äußert. Das meine ich damit nicht. Aber dass man da auch erkennt, ja, dort werden auch bestimmte, ich sage mal, Propaganda-Instrumente verwendet, weil ich habe mir die lange Liste auf Wikipedia mal durchgelesen, habe mir gedacht, wow, da ist ja nur Propaganda überall, wenn man jetzt von diesen Punkten ausgeht. Zum Beispiel Angstpropaganda, ja, das sehe ich nicht nur in den Leitmedien, die natürlich einen viel größeren Einfluss haben. Aber wenn man da mal bei Telegram durchgeht, dann habe ich auch Angst vor dem Blackout, vor dies da, also da wirken ähnliche Instrumente. Mich würde interessieren, wie Sie das sehen. Ja, Punkt eins, diese Alternativmedien gibt es ja nur, weil die Leitmedien ihren öffentlichen Auftrag nicht erfüllen. Wenn wir auf dieser Leitmedienebene alle Themen und alle Perspektiven hätten, wenn wir nicht permanente Abwertung von bestimmten Positionen hätten, sondern Offenheit für den Austausch von Argumenten, für das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Interessen und Ansichten, dann wird es diese Formate überhaupt nicht geben. Punkt zwei, es gibt bei den Alternativmedien Probleme, ein paar von denen haben Sie jetzt gerade schon genannt. Ich würde noch weitere sehen. Die allermeisten, die allermeisten Formate, die ich kenne, sind um Einzelpersonen zentriert. Da entscheidet also ein Mensch, was da wie gemacht werden kann. Menschen, die Alternativmedienplattformen betreiben, sind genau wie Journalisten oft narzisstisch veranlagt. Also reproduzieren wir letztlich auf dieser Ebene die Probleme, die wir in vielen Leitmedienangeboten finden können. Wenn diese eine Person verschwindet, die Lust verliert, so delegitimiert worden ist, dass nichts mehr geht, dann verschwindet damit auch das Angebot. Mir fehlt oft Transparenz. Es gibt jetzt ein schönes Gegenbeispiel von Bastian Barocca. Das ist ein kleinerer Blogger, den ich auch für Abolut interviewt habe. Das ist ein Wildnispädagoge aus Mecklenburg-Vorpommern, der auch einen Blog betreibt, auch Videointerviews führt. Nicht so viele sind da, glaube ich, auf der Seite fünf oder sechs bisher. Und der hat jetzt mal für 2022, für das letzte Jahr also, Einnahmen und Ausgaben Monat für Monat aufgelistet. Wie viele Spenden kamen im Juni 2022 rein und was habe ich an Geld ausgeben müssen für Technik, für Software, Arbeitszeit, was habe ich da reingesteckt? Das vermisse ich. Ich sehe oft Spendenaufrufe und weiß nicht richtig, soll ich jetzt diese Plattform unterstützen? Oder haben die eigentlich genug Geld? Und es geht nur darum, den persönlichen Wohlstand des einen Menschen, um den sich das alles dreht, zu mehren. Also diese Art von Transparenz vermisse ich da. Zumal, wenn man vorgibt, für eine neue, andere Gesellschaft zu arbeiten, wo auch das Zusammenleben anders funktioniert, dann müsste ich eigentlich transparent machen und auf welcher Basis ich arbeite, unter welchen finanziellen Bedingungen ich auch arbeite, wie viel Selbstausbeutung da drin steckt. Ich glaube, das würde helfen, das würde auch die Spendenbereitschaft im Publikum erhöhen, wenn das klarer wäre. Sie haben am Anfang noch einen anderen Punkt genannt und zwar Delegitimierung, wenn man bestimmte Medien liest, also jetzt alternative Medien, Rubicon, Apollot und was ist sonst noch? Es gibt ja wirklich ein unglaubliches Angebot mittlerweile. Das ist ja auch durch quasi Corona entstanden und ich erinnere mich, dass Sie das auch ausgeführt haben bei Nuoflix, also im Ruderboot und ich habe da eine ganz andere Haltung dazu eigentlich und zwar, ich finde, man muss das normalisieren und dass es auch in Ordnung ist in seinem Kreis und vielleicht habe ich da auch das Privileg eines sehr, sagen wir mal, offenherzigen Kreises, die jetzt da keinen Anstoß daran nehmen, okay, das ist fair, aber dass man ja irgendwo anfangen muss, um es einfach normal zu machen, dass man eben auch Rubicon liest. Das heißt ja nicht, dass man alles glaubt, was beim Rubicon steht. Sollte man ja sowieso nicht. Ich denke, wir alle wissen, dass man kritisch sein kann und muss mit Medien, aber warum sagen Sie, dass das nicht geht oder vielleicht widersprechen Sie mir auch gar nicht. Vielleicht sind unsere Erfahrungen auch unterschiedlich und ich habe ja ein Gerichtsverfahren geführt gegen ein linkes Bündnis gegen Antisemitismus München, die mir vorgeworfen haben, Antisemitismus zu tolerieren, dem Vorschub zu leisten, wie auch immer und einer der Punkte war, dass ich für Rubicon und damals noch KenFM was gemacht habe. Für Rubicon habe ich Texte geschrieben, bei KenFM war ich zweimal in diesem Format im Gespräch, was damals Ken Jebsen gemacht hat und für die Richter in zwei Instanzen war gesetzt, dass das linke Bündnis gegen Antisemitismus München recht hat, wenn es schreibt, dass diese beiden Plattformen, Rubicon und KenFM, verschwörungsideologisch, rechtsextremistisch, antisemitisch sind. Gab es gar keine Debatte darüber im Gerichtssaal. Viele andere Punkte, die ich da aufgegriffen habe aus dem Text, wurden diskutiert. Etliche sind auch verboten worden vom Gericht, aber an dieser Stelle gab es nicht mal einen Zweifel bei den Richtern. Sagt auch Wikipedia so, dass das so wäre, also übernimmt man das einfach. So ist der Leitmedientenor, war damals über KenFM ja auch, als die Kampagne zur Zerstörung dieses Portals betrieben wurde, war das ja offenbar Konsens in den Redaktionen, dass das auch keinen Angriff auf die Pressefreiheit darstellt, wenn man dieses Portal mit 500.000 YouTube-Abonnenten einfach zum Abschluss freigibt. Das meinte ich mit der Gefahr, die jemandem wie mir, der Beamte in Bayern ist, droht, wenn er sich offen dazu bekennt, solche Plattformen zu nutzen oder vielleicht sogar noch Texte dort abliefert, weil der Link, die Kontaktschuld, sofort hergestellt werden kann. Ja, tatsächlich ist es eine andere Lebenssituation, in der ich mich befinde, weil ich ja auch in dieser, sagen wir mal, Alternativmatrix groß geworden bin. Das heißt, ich kenne es gar nicht anders. Da ist wahrscheinlich jetzt eine Verbesserung aus dieser RT-Ecke rausgekommen zu sein und ein eigenes Format zu machen. Tatsächlich werde ich ja immer noch als die Putin-Propaganda-Tante bezeichnet. Also ich glaube, das wird mir für immer anhängen. Ich denke, damit muss ich leben. Ich denke, das tue ich auch. Es ist mir eigentlich egal, weil mir natürlich diese Arbeit bei RT auch vieles ermöglicht hat. Das, was ich jetzt mache, kann ich ja nur deswegen machen, wegen dem, was ich vorher gemacht habe. Was sagen Sie eigentlich zu der, und ich benutze das Wort Zensur von RT, die stattgefunden hat im Zuge des Ausbruchs des Krieges? Wie bei jeder Zensur ist Zensur abzulehnen. Wir brauchen alle unterschiedlichen Perspektiven, um uns selbst eine Meinung bilden zu können. Und selbst in dem Fall, wenn wir Krieg mit Russland führen würden, wenn wir offiziell Krieg mit Russland führen würden und nicht nur diese Art von verstecktem Krieg, die wir da gerade haben, selbst dann sollte es möglich sein, die Ansichten des Gegners aus erster Hand wahrzunehmen und sich selbst ein Bild zu machen. Gehört RT zur Matrix? Naja, kommt auch an, wie man Matrix definiert. Gehört sicherlich nicht zur Leitmedien-Realität, ist aber auch kein Oppositionsmedium, weil es ja ganz offensichtlich aus staatlichen Quellen finanziert worden ist. Als ich mich damit intensiver beschäftigt habe vor ein paar Jahren, lag der Jahresetat bei 300 Millionen Euro ungefähr. So ähnlich wie bei den anderen 24-7-TV-Nachrichtensendern, die die Welt dominieren. Also Telesur ist vielleicht der kleinste in Al Jazeera und Deutsche Welle. Aber man kann Al Jazeera nehmen, BBC International, CNN, die nochmal anders finanziert werden. Das sind ungefähr, ist das dieser Haushaltsgröße 300 bis 400 Millionen Euro. Das ist also nicht vergleichbar mit, sagen wir, Apollut, wo wir vielleicht ein Dutzend Leute haben, die sich da professionell mit der Wirklichkeit beschäftigen können und die journalistisch aufarbeiten können. Ist denn so eine, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, über eine gemeinsame Geschichte, so was Kollektives, ja, so eine Erzählung, die von den Leitmedien in die Welt hinaus getragen wird. Ist so eine Geschichte, ja, oder so ein kollektives Gedächtnis einer Gesellschaft nicht auch irgendwie wichtig, damit wir alle wissen, was irgendwie geht, damit wir uns überhaupt unterhalten können? Weil, wie Sie ja auch meinen, damit man nicht in Fettnäpfchen tritt, muss man ja wissen, was die Tagesschau zum Beispiel propagiert. Und wenn man das eben nicht mehr tut, man klammert das komplett aus, hat das zur Folge, dass sich so eine Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben, auch eben so in kleinere Gruppen spaltet, wenn jeder irgendwie immer nur noch seine, seine, gerne seiner Geschichte zuhören möchte, seine bevorzugten Medien hat, ja, wenn wir keine kollektive Geschichte mehr haben. Ja, vielleicht auch wieder zwei Antworten. Die erste Antwort sagt, wir haben diese Geschichten noch, obwohl mittlerweile mehr als ein Drittel der Menschen, der Erwachsenen angeben, dass sie Leitmedien vermeiden, komplett vermeiden. Die Erzählungen der Leitmedien sind trotzdem präsent und sei es als negativer Spiegel in den Oppositionsmedien. Oppositionsmedien speisen sich ja zum größten Teil aus Kritik an den Leitmedien. Also sind die Inhalte, die dort verhandelt werden, automatisch auch bei den Nutzern von Telegram-Kanälen und den großen Oppositionsformaten präsent. Punkt zwei, ich hatte ja am Anfang diese Metapher vom Gedächtnis der Gesellschaft verwendet. Die ist eine Metapher von Niklas Luhmann, einem deutschen Soziologen, der sagt, dass wir sowas wie Leit oder Massenmedien überhaupt nur haben, weil komplexe Gesellschaften, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, etwas brauchen, worauf sie sich beziehen können. Also eine Geschichte brauchen. Für Luhmann war völlig egal, was in diesem Gedächtnis der Gesellschaft drin ist, ob da jetzt Fußball-Bundesliga drinsteckt, der Ukraine-Krieg, Griechenland-Krise, was auch immer. Das ist völlig egal für ihn gewesen. Hauptsache, wir haben sowas, worauf wir uns beziehen können. Ich glaube, wir haben es noch. Ich glaube, das Reden von Filterblasen und Echokammern übertreibt die reale Kommunikationssituation in der Gesellschaft. Wir haben es in der Corona-Zeit, glaube ich, massiv erlebt, dass sich alles über Monate nur noch um dieses eine Thema gedreht hat. Aber wir haben die Tendenzen schon vorher gehabt. Wir hatten immer wieder diese Großthemen, die über Monate verhandelt wurden und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, auch wieder verschwunden waren. So ähnliches haben wir das ja im Februar 2022 erlebt, als Corona durch den Ukraine-Krieg abgelöst wurde. Und die Reichsbürger, der Reichsbürger-Putsch, der angebliche, der Vereitelte. Gut, der war noch keine große Erzählung. Der war mal kurz da, aber... Ich fand das schon, das war schon echt überall, aber nur ganz kurz. Es war ganz kurz überall und dann war es auf einmal weg und wenn da, das ist jetzt meine These natürlich, wenn die Gefahr natürlich wahr gewesen wäre, dann würden wir jetzt immer noch was davon hören. Aber ist nicht mehr. Weil wir ja Julian Reichelt erwähnt haben, es gibt ja diese wunderbare Doku Bild macht Deutschland, wo man sehen kann, wie das Bundesinnenministerium damals noch unter Seehofer, nämlich an, wie das Bundesinnenministerium diese Art von Aktionen, Razzien steuert. Damals fährt der Reichelt in dieser Doku, zeigt man, offenbar war man sogar stolz drauf, fährt der Reichelt in einer gepanzerten Limousine des Ministeriums zu einem Geheimtreffen beim Minister, erfährt, wo eine Razzia gegen die Hisbollah stattfinden wird und kann seine Kameraleute morgens um sechs an den vier Orten platzieren, an denen die Razzia läuft. Das Innenministerium hat in der Bild-Zeitung exklusiv positive Berichterstattung, denn wenn da schon Bild-Reporter sind, werden sie nicht negativ über diese Aktionen berichten und kann auf diese Weise den Tenor setzen, mit dem dann in den anderen Leitmedien über Hisbollah berichtet worden ist. So ähnlich haben wir das ja bei diesen Reichsbürgern auch erfahren, dass da Medienvertreter Wochen vorher schon Bescheid wussten, dass die Geschichten schon fertig geschrieben waren. Aber da sieht man wieder diese Aufrüstung in den Apparaten, über die wir gesprochen haben, Aufrüstung der PR-Apparate, die dazu führt, dass der Journalismus eigentlich nur noch ein verlängerter Arm der Behörden im Moment ist. Da müsste man dringend was machen. Aber wenn wir mal dieses Beispiel nur kurz nochmal runterdeklinieren von diesem vereideten Reichsbürger-Putsch. Was hatte das für einen Zweck? Ich habe auch diesen Artikel gelesen, das Interview mit, glaube ich, Martina Renner war es, linke Bundestagsabgeordnete, wo es darum ging, dass Redaktionen zwei Wochen vorher Bescheid wussten, wo alles stattfindet. Die Bilder waren super sauber, richtig schön. Es war eine PR-Aktion, ja, also die, dass die Medien dort eingeladen wurden. Was hat das für einen Zweck? Gut, man darf, glaube ich, solche Aktionen nicht vom Kontext lösen und nur vereinzelt betrachten. Wir erleben ja seit dem Amtsantritt der Ampelregierung, dass der Kampf gegen rechts zum Staatsziel erklärt worden ist. Führt dazu, dass alles, was der Ampelregierung widerspricht, in die rechte Ecke geschoben wird, idealerweise in die Reichsbürger-Ecke, um den Kampf gegen solche gegenläufigen Ansichten legitimieren zu können. Und in diesem Kontext würde ich diese Reichsbürger-Razzia einordnen. In diesem Kontext kann man Demonstrationsberichte einordnen, in denen gezielt nach dem einen Reichsbürger, der da vielleicht mitläuft, gesucht wird, dieses Feindbild Reichsbürger, was da aufgebaut worden ist und zu dem diese Razzia sicherlich beitragen sollte, hilft Regierungsstellen, alles zu delegitimieren, was eher nicht in den Kram passt. Aber es ist ja, es kann ja nicht allen Medienleuten, die dort jetzt eingeladen worden sind, entgangen sein, dass da vielleicht auch noch eine andere Agenda dahinter steckt und dass da vielleicht die Gefahr nicht so groß war und dass man das auch als PR-Aktion genutzt hat, um eben dem Innenministerium für diese oder jene Gesetzesvorlage zu dienen. Also es kann ja nicht sein, dass wir hier sitzen und die Einzigen sind, die das jetzt verstanden haben. Was wir auch unabhängig von dieser Reichsbürger-Razzia beobachten können, ist das, was mein Kollege Uwe Krüger aus Leipzig Verantwortungsverschwörung nennt. Eine Verantwortungsverschwörung passiert in drei Schritten. Journalisten, das ist der erste Schritt, Journalisten wissen, was gut und richtig ist. Das ist ungefähr das Gleiche, was die Menschen in den Regierungsstuben für gut und richtig halten. Zum Beispiel den Kampf gegen Rechts zu intensivieren und Reichsbürger irgendwie ausfindig zu machen. Journalisten wissen zweitens, dass sie Einfluss auf die Menschen haben, weil sie an dieser Matrix stricken, weil sie das Gedächtnis der Gesellschaft füllen. Und dann fangen Journalisten, das ist dann die Verantwortungsverschwörung, drittens an, die Wirklichkeit so, die Medienwirklichkeit so zu konstruieren, dass das wahrscheinlicher wird, was sie für gut und richtig halten. Selbst wenn ich also als Leitmedienredaktion durchschaue, was die Regierung da mit mir spielt, selbst dann muss das nicht bedeuten, dass ich mich dem entgegenstelle. Selbst dann kann es heißen, dass ich mitmache und für den guten Zweck bereit bin, meine professionellen Zweifel zu vergessen. Also für die gute Sache sozusagen. Für die gute Sache, ja. Dann für die gute Sache gibt es natürlich dann auch noch Listen über unglaubwürdige und glaubwürdige Medien. Ich habe jetzt eine, ich habe sie Ihnen auch zugeschickt, den Link vorher, die Top Ten von, ich glaube auch, was relevant war, ist, wie oft das geteilt wurde. Also, dass es auch eben eine gewisse Relevanz hat. Es gibt unglaubwürdige Medien und glaubwürdige Medien. Die Unglaubwürdigen, die Top 3 sind die Epoch Times in Deutschland, RT.de immer noch, obwohl es ja eigentlich nicht mehr so zugänglich ist, aber man kommt ja immer noch hin und zum Beispiel Ach gut, auch. Und die glaubwürdigsten Medien sind Spiegel, FAZ und Web.de und die Quelle, also der BR hat das aufgearbeitet, aber die Liste wurde von einer Organisation namens NewsGuard veröffentlicht. Ich weiß nicht, ist Ihnen die bekannt? Ja, die ist mir bekannt, weil ich habe selber auch mal darüber geschrieben oder zumindest einen Satz beigesteuert zu einem Artikel von Paul Schreier auf Multipolar im März 2022. Damals war Multipolar gerade in die Schusslinie dieser Einrichtung geraten, die von der, letztlich vermittelt über eine PR-Agentur von der Pharmaindustrie bezahlt wird. Also NewsGuard ist Teil der Internetpolizei, die seit Mitte der 10er Jahre installiert worden ist. Man muss, glaube ich, auch da wieder den Kontext sehen. Es ist bis in die Nullerjahre für Regierungen relativ einfach, die Matrix selbst zu definieren. Man hat Zugang zu den Leitmedien über die verschiedenen Mechanismen, die wir ja in dem Gespräch jetzt schon angetippt haben, kann also bestimmen, was in der Medienmatrix vorkommt. Das ändert sich mit, vor allen Dingen mit dem Siegeszug von Digitalplattformen in jeder Hosentasche. In dem Moment, wo jeder über Digitalplattformen selbst sich äußern kann und für viele sichtbar äußern kann, entsteht für die, die bis dahin uneingeschränkt Definitionsmacht hatten, ein Problem. Und sie fangen an, in den 10er Jahren eine Internetpolizei zu installieren, die alles bekämpft, was den eigenen Narrativen widerspricht. Die Faktenchecker sind ein Arm dieser Polizei. 2015 entsteht am Pointer-Institut in den USA ein internationales Netzwerk von Faktencheckern, bei denen man sich bewerben kann, zu dem in Deutschland zum Beispiel Korrektiv gehört. Ich glaube, auch der DPA-Faktenchecker bin ich aber jetzt nicht sicher. Einer von den großen Leitmedien-Faktencheckern gehört auch noch dazu. Und News Guard ist halt ein anderer Arm, diese Organisation verteilt im Internet grüne und rote Schilder nach sehr merkwürdigen Kriterien. Paul Schreyer hat das in diesem Multipolartext wunderbar auseinandergenommen, nach welchen Kriterien man dort glaubwürdig oder unglaubwürdig wird. Interessanterweise bekommen dann Tagesschau, Süddeutsche und andere Leitmedien 95 oder 100 Punkte und Rubicon und andere halt irgendwie 30 Punkte und kriegen damit ein rotes Schild. Genau, Rubicon ist auf jeden Fall auf der unglaubwürdigen Liste. Ja, und das Prinzip ist halt letztlich immer das Gleiche. Ich werde dann unglaubwürdig, wenn ich offiziellen Narrativen widerspreche. Wenn ich also zum Beispiel der Corona-Erzählung der WHO oder der US-Gesundheitsbehörden widersprochen habe als Achse des Guten, die ja da auch gerade genannt worden ist und die ja wunderbare Mediziner da permanent schreiben lässt, zum Teil unter Pseudonym, aber immer sehr fundiert, dann bekomme ich von News Guard automatisch ein rotes Schild, weil ich halt was anderes erzähle, als offiziell behauptet wird. Wir haben auf EU-Ebene einen Verhaltenskodex gegen Desinformation, auch wieder so ein schöner Begriff, Verhaltenskodex gegen Desinformation, den alle großen Digitalplattformen mit unterschrieben haben. Die melden jetzt jeden Monat, seit 18, jeden Monat in Brüssel, was sie alles unternommen haben, um zu löschen, was offiziellen Narrativen widerspricht. Das ist also auch so ein Teil dieser Internet-Polizei, die da etabliert worden ist. Aber ist das nicht auch irgendwie eine Reaktion, die auch mit Angst zu tun hat? Klar, es geht um die Angst, die Deutungshoheit, die Definitionsmacht zu verlieren. Es geht um die Angst, einen offenen, demokratischen Diskurs zuzulassen, Stimmen zu Gehör bringen zu lassen, die dem widersprechen könnten, was man jahrelang behauptet hat. Man kann dann fragen, bei welchen Themen das passiert, bei welchen Themen diese Internet-Polizei aktiv sind. Das sind die großen Streitthemen der Gegenwart. Das ist Klima, das ist Einwanderung, das war Corona, das ist jetzt der Ukraine-Krieg, ist es eigentlich schon seit 14. Auf EU-Ebene haben wir Anfang 15 etabliert ein strategisches Kommunikationsteam Ost mit sehr viel Personal, die in sehr vielen Sprachen all das zu widerlegen versuchen, was auf russische Quellen zurückgeführt werden kann. Da wird auch mit Steuergeldern im großen Stil Öffentlichkeitsmanipulation betrieben. Was muss jemand über Medien verstehen, der sich bisher noch nicht kritisch mit der Materie auseinandergesetzt hat? Punkt 1, wir sollten verstehen, dass Medien kein Spiegel der Wirklichkeit sind. Nicht mal ein verzerrter Spiegel. Das, was wir als Medienrealität bekommen, ist eine Wirklichkeit ganz eigener Ordnung, die nach ganz eigener Logik, nach ganz eigenen Gesetzen gebaut wird. Und wir müssen, glaube ich, zweitens dann verstehen, dass Menschen, die sehr viele Ressourcen haben, ein großes Interesse daran haben, die Medienrealität so zu bauen, dass niemand an der Verteilung der Ressourcen zweifelt. Also Menschen, die über sehr viel Geld verfügen, sehr viel Landbesitz, Grundbesitz, was weiß ich, Besitz an Produktionsmitteln, werden alles tun, dass in der Medienrealität nichts vorkommt, was Zweifel an der Verteilung der Reichtümer dieser Welt aufkommen lässt. Und das muss man verstehen, um dann die Matrix zu navigieren. Ja, das Navigieren ist dann noch der nächste Schritt. Man müsste dann im dritten Schritt verstehen, wer mit welchen Ressourcen jeweils bei welchem Medienangebot drin steckt. Menschen, die in der DDR groß geworden sind, haben damit, glaube ich, kein Problem, weil die SED, die damals an der Macht war, immer gesagt hat, dass die Medien natürlich Agitator, Propagandist, Organisator im Auftrag dieser Partei sind. Hat auch niemand gezweifelt, wem diese Medien gehören. Dann war immer klar, dass das entweder Partei- oder Staatseigentum ist. Also war klar, in wessen Interesse daran gesendet wird. Ich habe ja auch so Studien gemacht, wie die Westmedien damals gesehen wurden, wie also öffentlich-rechtliche Nachrichtenangebote zum Beispiel gesehen wurden. DDR-Bürger, DDR-Bürgern war damals schon klar, dass auch da Interessen dahinter stecken. Weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Medien interessenfrei organisiert sind, dass Medien objektiv neutral unabhängig sein könnten, wie die Journalismusideologie behauptet. Ist auch eine relativ neue Ideologie, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland West Einzug gehalten hat. In der Weimarer Zeit war jedem klar, dass Medien Angebote Interessen geleitet sind. Aber diese Story hat sich ja weiterhin wacker gehalten, vor allem in den westlichen Ländern, nicht nur in Westdeutschland. Also dass die Medien objektiv frei und unabhängig sind. Wobei es natürlich auch ohne jetzt super tief in diese Kritik einzutauchen ziemlich schwierig ist, komplett frei, unabhängig und und was war das dritte, was ich genannt habe? Neutral. Neutral, ja. Es ist ja wahnsinnig schwierig für eine Person tatsächlich neutral zu sein, weil jeder hat ja ein perspektivisches Sehen. Also es ist ja schon aus solchen Gründen schwierig, diesen Grundsätzen treu zu sein. Warum hält sich diese Erzählung so kontinuierlich? Warum wird das so, ja es wird schon in Frage gestellt, aber ich sage mal so, noch nicht in dem Maße, wo man, wie man sich das, wenn ich jetzt ehrlich bin, vielleicht wünschen würde. Medienfreiheit ist was, was die Leute zuallerletzt interessiert. Man weiß das aus Umfragen in Deutschland-West nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde immer wieder gefragt, was sind die drängendsten Probleme? Da geht es um die ganz leibnahen Sachen. Da geht es um Wohnung, um Nahrung, um einen Job, der einen versorgt. Wenn das alles okay ist, kann man sich vielleicht um Medienfreiheit kümmern. Das erklärt, glaube ich, warum es relativ lange kein Thema war, weil für die allermeisten Deutschen das Leben ziemlich gut funktioniert hat. Warum soll man sich dann Gedanken um was machen, was in der eigenen Prioritätenliste relativ weit hinten steht? Das hat sich geändert, hat sich in den letzten Jahren geändert, hat sich, glaube ich, mit Corona noch mal ganz dramatisch geändert, weil da jeder gemerkt hat, wie sehr wir von der Medienrealität, von der Realität der Leitmedien abhängen, weil das, was dort verkündet wurde, haben Entscheidungsträger für bare Münze genommen, möglicherweise selber auch initiiert, dafür gesorgt, dass so berichtet wurde und haben dann ihre Entscheidungen legitimiert, die unsere Freiheit eingeschränkt haben. Insofern hat sich, glaube ich, die Medienkritik in den letzten Jahren massiv verstärkt. Das führt dazu, dass mittlerweile im Berufsstand selber diese Objektivitätsneutralität, Objektivitäts, bringe ich die Begriffe schon in einem Wort zusammen, diese Objektivitätsideologie auf dem Prüfstand steht. Die nachwachsende Journalistengeneration fordert relativ vehement, davon Abstand zu nehmen, eben nicht mehr zu behaupten, dass man neutral sein könne, hat auch mit der universitären Ausbildung, mit den Studiengängen zu tun, die viele dadurch laufen haben, wo einem klargemacht wird, dass es immer irgendwie einen Standpunkt gibt, mit dem man auf die Welt schaut. Sie fordern also, diese Ideologie zu beerdigen und sich offen zum eigenen Aktivismus, zur eigenen Haltung zu bekennen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Wir werden, denke ich, diese alte Journalismusideologie verabschieden und ein offenes Bekenntnis zum Aktivismus haben. Und zur Haltung. Ja. Die ist wahnsinnig wichtig geworden. Ja, schon der Begriff Haltung, weil wir auch über Framing gesprochen haben, eigentlich geht es ja immer um Gesinnung. Haltung ist etwas Positives, etwas, was man sich erarbeitet hat, wo man Erfahrungen hat einfließen lassen. Eigentlich geht es um Gesinnung, die man oft einfach nur übernimmt. Nur noch ganz kurz, weil Sie jetzt meinen, dass der, sagen wir mal, Durchschnittsdeutsche, ich mag sowas nicht, aber der Einfachheit halber, schert sich nicht so sehr um Presse- und Medienfreiheit. Das verstehe ich total. Finde ich nachvollziehbar. Was ich interessant finde, ist, dass es auch Medienmacher nicht so sehr interessiert. Und ich verstehe, dass man RT vielleicht nicht mag, aber dass man die Zensur so bereitwillig sogar unterstützt und es auch richtig findet, das hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Und da gibt es ja auch noch andere Beispiele. Warum interessiert es denn Medienmacher auch nicht, dass Zensur stattfindet, hier bei uns? Ja, hat glaube ich auch wieder mit der erfolgreichen Programmierung der Matrix zu tun. RT oder damals ja auch KenFM sind zu dem Bösen schlechthin erklärt worden, im Prinzip auf eine Stufe mit Terroristen gestellt worden, mit Medienangeboten, die letztlich Leben gefährden. Darum ging es ja in dieser Corona-Erzählung. Und wenn man das geschafft hat, wenn man RT, KenFM und andere Angebote auf eine Stufe mit Terroristen gestellt hat, dann greifen die üblichen Mechanismen in so einem Berufsstand wie dem Journalismus nicht mehr, nämlich, dass man sich für Kollegen einsetzt. Eigentlich hätten alle Journalisten aufschreien müssen, als KenFM zur Aufgabe gezwungen worden ist. Oder als RT dann viele Umwege gehen musste, um wenigstens online noch verfügbar zu sein. Das Live-Bild-Angebot gibt es ja so nicht mehr. Ja, gut. Ich nehme das zur Kenntnis. Also ich finde das auch, ja, wie soll man sagen, ich finde es, ich beobachte das einfach und finde es interessant und frage, ich stelle mir dann natürlich die Frage, das kann ja jeden dann erwischen. Also wenn man ja irgendwann mal anfängt, an der Salami so runterzuschneiden, das kann ja dann jeden erwischen und ich verstehe nicht, warum man diesen Sprung irgendwie nicht schafft. Dass es einen selber erwischen könnte, weil man sich auf der Seite der Guten wehnt und auch nicht glaubt, dass man da jemals von vertrieben werden könnte, von der Seite der Guten. Man hat es gesehen, man schafft es ja relativ schnell, von einer Regierungserzählung auf die nächste zu springen. Man schafft es relativ schnell, die Deutungsangebote für Wirklichkeitsprobleme aufzunehmen. Wir könnten jetzt ja in den Leitmedien permanent über Impfschäden sprechen. Stattdessen sprechen wir über Long Covid, was eine geschickt lancierte Erzählung ist, um die Debatte über Impfschäden auszublenden. Und wir machen weiter Werbung für diese Behandlung, die da unter dem Schlagwort Impfung verkauft wird. Weil das vom Gesundheitsministerium bisher noch nicht geändert worden ist. Herr Main, vielen Dank für die Einblicke. Gibt es denn noch etwas Positives anzumerken? Es gibt viel Positives. Sie haben, glaube ich, viele von diesen positiven Dingen ja selbst schon erwähnt. Wir haben einen Professionalisierungsschub auf der Seite der Oppositionsmedien erlebt, den wir ohne Corona und ohne diesen Krieg wahrscheinlich so nicht gehabt hätten. Wir hatten vor, 19 hatten wir KenFM und viel mehr war da nicht. Klar, natürlich gibt es die Nachdenkseiten seit 20 Jahren, die hieß Einblick, ach gut, diese Seiten gibt es schon. Die haben aber unter Ferner Liefen gesendet, unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit für ein paar, sicherlich ein paar Zehntausend, manchmal auch Hunderttausend Menschen. Diese Angebote sind in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gekommen. Und es haben sich Leute gefunden, die, glaube ich, nie daran gedacht hätten, dass sie in die Öffentlichkeit als Journalisten gehen könnten und die das super machen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Paul Brandenburg, eher von der konservativen Seite, der vorher so eine Art Medizinunternehmer war und jetzt eine wöchentliche Sendung auf Kontrafunk hat, jede Woche einen Podcast mit Milena Preradovic zusammen produziert und anscheinend zehntausende Fans hat, die ihn da tragen können. Und von dieser Art Beispiele gibt es viele. Vielen Dank, Herr Mein, für Ihre Zeit und für die Einblicke. Und ich bin gespannt, was uns die Matrix noch in Zukunft so alles auftischen wird. Danke für den Besuch hier. Danke. Danke. Danke.